Freiheit ruft, wenn Pippi kommt, die nie drauf hört, dass man das so nicht tun darf. Welt, pass auf, fang mich! Und sie bringt bestimmt euch das hier an. Das treibt ihr schon wieder für Unsinn. Pippi Lachstrom ist gekommen in unsere Stadt, die keiner gefändigt hat. Nein, 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 denn immer kann sie nicht befreien. Ja, ja, Pippi Lachstrom ist gekommen in deine Welt. Die hat uns angestellt, sie hat es raus, den Krieg fahrt zusammen aus.